Yo, was geht ab? Aber wieder am Starlight, du kommst zu einem neuen Video hier auf CraftBee, Leute. Wie ihr am Hauptchannel schon gesehen habt, hab ich jetzt hier, Leute, mir ein kleines Ding, haben wir uns ein kleines Ding rausgesucht. Ich werd hier als allererster schon mal einen Markt aufbauen, Leute, wo wir dann hoffentlich jemanden finden, der für uns die ganze Arbeit macht. So, ich würd sagen, wir machen die Umrandung, beziehungsweise die Dinger, machen wir mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Au. Mal das Ganze hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, war gut. Ich hab das, glaub ich, nicht symmetrisch gemacht. Oh, Leute, hab ich wieder reingeblödelt. Nö. Passt. Passt. Genau richtig. Genau richtig, meine Freunde. Wir werden hier drin einen kleinen Markt aufbauen, den es dann hoffentlich genauso, also der genauso aufgebaut ist, wie in der Stadt selber. So, dafür mach ich aber hier einmal. Und zack, und zack, und zack. So. Und dann gehen wir hier runter. Hoppala. Entschuldigung, Entschuldigung. So. Und das Gleiche werden wir dann genau hier so rüber gehen. Zack, 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 zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aua. So, Leute. Den werden wir dann hier erstmal verbinden. Zack, zack, zack. Okay, wir haben das ganz gut hier verbunden. Das Gleiche muss ich jetzt hier drüben natürlich auch nochmal machen, Leute. Einmal hier rüber. So, mal gucken, ob wir das mit einem Stockwerk hinkriegen oder ob wir einen zweiten Baum werden, beziehungsweise so einen versetzten, wisst ihr? Dass man sagt, okay, da mach ich nochmal eine Treppe hin, da geht's nochmal hoch. So. Das Ding konnte eigentlich schon mal passen. Ich hab meine Werkzeuge vergessen. Lasst doch immer gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Minecraft-Stadt-Content. Hier auf Craftmeer, Leute, ja. So, wir werden natürlich jetzt hier einmal was raussuchen. So. Ah, wartet mal. Ich weiß, wo ich alles hingetan habe. Ja, genau. War mir doch klar, Leute. War mir doch klar, meine Freunde. So, jetzt haben wir alle unsere Sachen hier wieder. Ich kann jetzt auch mal endlich die Bäume mal wegmachen hier, die mich hier gerade seit schon ein bisschen nerven. Aber darum kümmern wir uns erstmal später. So, wir gucken mal. Okay. Ups, Entschuldigung, das war nicht mit Absicht. So, jetzt müssen wir einmal hier so schön drumherum gehen, meine Freunde, ja. Einmal wieder hier so drumherum gehen. Ihr wisst doch, wie ich immer baue. Ich finde, das so Dings kann halt sehr schön aussehen. So, jetzt muss ich mir noch gleich überlegen, wo ich denn am besten den Eingang reinmache. So. Zack. Okay, Leute. Bam, ba, dam. Wir werden natürlich die Essentials hier drinnen lassen. Ich will einen kleinen Extramarkt hier aufbauen. Zack. So, okay. Wir haben jetzt hier ein kleines Ding gemacht. Und jetzt werde ich mir mal kurz gucken. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier können die Türen hin. Beziehungsweise hier kommt der Eingang. So, Leute. Hier ist der Eingang. Sollte eigentlich fit aussehen. Oh, doch, doch. Geht eigentlich fit so. Der geht so erst mal fit. Oh, Leute. Das könnte eigentlich ganz cool aussehen hier so, ne? So, so. Oh, Leute. Hey, ich finde, das sieht ganz cool aus. Hm. Wartet mal. Wartet mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Auch sechs, ja. Sechs, sechs. So, dass wir dann nur das haben. Ach, Leute. Falsches Ding gemacht. So. Hm. Und statt das hier. Haben wir so. Und so. Ja, doch. Hat was. So, dann machen wir hier natürlich die großen Fenster hin. So. Die großen Fenster dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ah, hier haben wir weniger Abstand. Okay, das muss ich einmal noch ganz kurz korrigieren. So. Hoppala. Wir müssen, Leute, ich will das schön symmetrisch bauen. So, dann hier zwei Stück. Genauso zwei Stück. Und den Rest können wir wieder mit weißem Beton vollmachen. So. Weißer Beton. Zack, 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 zack. Hoppala. Entschuldigung. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Sehr gut, Leute. Und jetzt können wir das wieder hier einmal... Ah. Verzieh dich. Nix da. Du wirst mir hier nichts verkaufen. Ich vertraue dir nicht, mein Freund. So ein Ding ist das. Okay. Sehr gut. Da haben wir das schon mal erledigt. Jetzt muss ich natürlich auch den Boden hier einmal ransetzen. Wichtig ist halt, dass ich auch hier diesen unter den Betondinger mache. Weil, wie gesagt, weil auch das Glas hier ist. So. Mann, du kommst hier nicht rein. Verzieh dich. Alter, jetzt ärgert der mich da, ne? Jetzt nervt der mich. Und ärgert mich. So. Wir werden jetzt den Boden hier einmal ransetzen. Zum Glück haben wir diese Baum-Mod, Leute. Das heißt, das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Sehr gut, Leute. Der Boden ist schon ganz gut rangesetzt. Jetzt müssen wir gerade noch ein bisschen mehr weißen Beton holen. Und da muss ich gleich eine Theke bauen, ja? Wir müssen eine Theke da drin bauen, damit der Village auch da sein kann, der das Ganze verkauft. Okay. Machen wir es mal ganz kurz. So rum. Perfekt. Zack. 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 So. Okay. Oh, wir müssen gerade noch was essen. Ich habe gar kein Problem. Leute, ich glaube, das könnte echt ganz cool aussehen, wenn wir hier den Verkäufer drin haben. Okay. Der Boden sitzt. Der Boden, ja, ich würde sagen, steht sogar. So. Ich mache mal ganz kurz. Oh, warte mal hier. Oh, Leute. Das passiert auch mal. Das passiert auch dem Besten, ne? Das passiert auch dem Besten. So. Machen wir ganz kurz mal hier so ein Treppending. Weil. Zack. Hier kommt eine Theke hin, meine Freunde. Hier wird eine Theke hinkommen. Okay. Zack. Wir haben 60 Dinger drangesetzt. Sehr gut. So. Hier wird wahrscheinlich dann hoffentlich der Ankäufer sein. So. Wir müssen aber mehr Theken setzen. So. Boah, ich habe da eine gute Idee, meine Freunde. Genau. So rum geht auch noch eine Theke. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Und voilà. Hier alles mal ein bisschen so rum an. Und hier können verschiedene Verkäufer sein, wisst ihr? Sonstiges, Blöcke. Einrichtung. Alles mögliche. Ja, doch, 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 doch. Gefällt mir. Gefällt mir, meine Freunde. So kann man das Ganze natürlich auch erstmal machen. Zack. Zack. Okay. Sehr gut, Leute. Da haben wir jetzt auch Licht drangesetzt. Jetzt werde ich natürlich... Hier ein Licht dran machen. Da ein Licht dran machen. Da ein Licht dran machen. Da ein Licht dran machen. Wenn wir hier ein Licht dran machen. Hier werden wir ein Licht dran machen. Da. Und da. Das gleiche wird auch nochmal hier passieren. Und da. Und was ich mir auch gerade ausüberlegt habe, Leute. Das könnte, glaube ich, auch ganz nice aussehen. Und zwar... Amir bist du da. Ja, aber in Flucht. Leute, müssen wir Kian alles erzählen? Psst. Die Candy ist reingekommen. Okay, Leute. Aber egal. Wir werden uns bald hoffentlich ja mit Kian treffen. So. Wir werden jetzt hier alles hingesetzt. Leute, ich werde... Leute, wollen wir uns mit Kian treffen? Schreibt mir in die Kommentare. Sollen wir uns mit ihm treffen? Oh. Ey. Es hat doch nicht ge... Oh. Oh. Kokodilei. Hui. Hui. Okay, meine Freunde. Hier nochmal den Shop extra gemacht. Soll ich ja nochmal hier so ein kleines Ding dran machen? Leute, hier nochmal einen extra Händler. Egal. Egal. Wir haben jetzt erstmal... Ja, soll ich... Obwohl... Eigentlich könnte ich noch... Ups. Ja, wir machen noch, glaube ich, einmal so drumherum, Leute. Wir machen noch einmal so drumherum. Ich gebe dem Ganzen noch so einen kleinen extra Flair. So. Zap, zap. Ach, Mann, Leute. Immer verbaue ich mich ein bisschen. Machen wir uns kurz eine neue Ladung Quarz. Und dann steht eigentlich der Shop schon mal. Der erste hier drin, Leute. Der erste seines Labels. Ähm. Ja. Und damit, Leute, haben wir dann echt geschafft, uns hier was Kleines noch nebenbei aufzubauen. Ja. Müssen wir jetzt nur ein paar Villager irgendwie anschaffen, die da drin verkaufen werden. Wieso ankaufen werden, Leute. So. So. Perfekt. Leute, der erste Shop steht. Sagt mir gerne, wie ihr euch gefällt, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer Amjan. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Dr. Blin. Pf. Pf. cinco. Pf.